willkommen zu einem neuen video wir haben hier ein schönes paket von ultras factory mal wieder diesmal nicht zur verfügung gestellt ich habe hier ein bisschen was bestellt und das werden wir hier einfach mal gemeinsam aufmachen das kam jetzt heute an und ja ich habe natürlich auch ein rabattcode der wird hier immer eingeblendet machen wir bis zu acht prozent untersparen jetzt kommen wir zum ersten artikel und zwar haben wir hier von classic die jahre und alles was runter fällt hier an der seite die habe ich schon mal bestellt ich habe ich hier von kollegen wieder bestellt ja ich glaube ich nicht viel zu erzählen das haben wir letztens aber für die diesmal nicht wissen 392 gramm ja sieben verschiedene effekte 49 schuss 40 sekunden brenndauer ist ein cooles teil ist gefächert und schwer zu erkennen und ja wie gesagt knapp 400 gramm ich glaube 24 euro hat der spaß gekostet dann kommen wir mal direkt zu polen baller und das sind auch die einzigen die dabei sind ja das sind aber mehrere packs die hole ich erstmal alle raus wir haben hier drei haben wir hier 5 6 7 8 9 10 11 13 14 packs nummer 50 ja gut natürlich genau das ist am arsch nun war das hier 15 ps2 von api oder api wie auch immer p12 gramm pro stück 40 gramm auf die packung ja kostet so um die 650 glaube ich aber wie gesagt mit code spart er dann noch mal acht prozent ungefähr ich weiß nicht ob der für jeden artikel zählt aber das auf jeden fall dazu kann ich euch empfehlen ist ein sehr gutes ding für die heutige zeit einer der besten sag ich mal wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwelche raritäten büller ran habt dann damit was weiß ich was wie viel ja dann kommen wir zu einer batterie die es wohl schon ordentlich erwischt hat glaube ich aber nicht hier ist alles also hier ist zwar luft aber hier ist kein rohr und zwar die ist gut falls man so ausspricht wir mir 460,8 gramm 36 schuss 25 sekunden 35 sekunden 25 millimeter ist schon ganz cool schießt auch hier so da und da gleichzeitig ist schon ein cooles teil für ich glaube 27 euro dann noch mal rabatt drauf gut ich muss an der stelle sagen dass ich ein paar prozent mehr kriege aber das ist ja egal hauptsache man spart ein bisschen was also ich glaube ich habe 25 dafür bezahlt so die urania von agento ja das sind die 13 schüsse mit 30er kaliber das ist das ist top zeug da brauche ich nicht viel zu sagen ich glaube 16 euro oder so kostet die wir haben jetzt 287 gramm bei 21 sekunden brenndauer 13 schuss wie erwähnt 45 meter effekte kann ich euch alle empfehlen am besten ist natürlich immer noch die am andere zu einem ja ich wollte schon fast verbund sagen aber es ist kein verbund sondern die batterie babiaz oder babiaz ich weiß nicht wie man es ausspricht ich spreche kein polnisch nur die beleidigung sag ich mal ja auch von iskra ist ein neues ding wir haben 78 schuss 500 gramm was steht hier 20 bis 20 millimeter oder was ne ach so gut 20 millimeter ist die ganze noch 78 schuss 45 sekunden top ja was soll man dazu sagen richtig schönes ding wo ist es denn auf deutsch hier kategorien er gar nicht hier hier ist es in deutsch auch und ja ist f2 könnt ihr auch in diversen deutschen shops zum beispiel teilfeuerwerk erwerben da könnte auch mit den koto das für die 10 10 prozent sparen das dazu da kriegt ihr die und an sich sind alle artikel f2 beziehungsweise p1 kann man auch in diversen deutschen shops mit einer guten ja mit einem guten sortiment bekommen die hier kriegt man jetzt eher weniger aber bei x pyro weiß ich gibt es die oder gab es die und ansonsten sind wir dann jetzt auch schon wieder durch mit dem unboxing der karton ist leer und vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten video